Abschlusstraining war ganz gut. Fokus nochmal auf uns und unser System. Ich glaube, wir sind als Mannschaft bereit für die Match in Berlin morgen. Natürlich war das Spiel nicht gut. Wir müssen als Mannschaft einfach besser sein in so einem Spiel. Wir haben am Ende viel zu viel Stress hingekriegt. Der Fokus muss einfach auf uns selber sein in so einem Spiel. Das haben wir heute gesprochen und das ist die 7 Uhr morgens. Meine Mannschaft hat noch nicht verloren. Die sind mit extrem hoher Qualität in die Bundesliga gekommen dieses Jahr. Ja, und die macht wenig Fehler. Wir müssen extrem gut spielen, pro Punkte zu holen in Berlin. Aber wir glauben als Mannschaft, dass wir eine gute Chance haben. Wie viele Dinge sind richtig. Die sind extrem gut angekommen in dieser Saison. Und wir müssen nochmal uns selbst in den Fokus haben und einfach eine gute Präsentation zu machen. D. Vielen Dank.